...Jong Tese, mit der Nummer 14 Faton Toski, mit der Nummer 18 Giovanni Frederico, mit der Nummer 20 Mergim Mavray, mit der Nummer 27 Machia Saglik, mit der Nummer 28 Matthias Konca. Die Wechselspieler des VfL Bochum, die Nummer 31 Michael Eser, die Nummer 3 Patrick Fabian, die Nummer 7 Slavio Freyer, die Nummer 9 Stanislav Sestak, die Nummer 11 Zlatko Dedic, die Nummer 33 Philipp Semelitz. Wir bedoßen hier in Vellner-Wörthersee den Coach des VfL Bochum, Herrn Friedrich. Thank God! Thank God!